hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play together 7 days to die mit der lieben zira kumori ich hab grad das auge juckt die ist da da ich hab immer irgendwelche hackbeile im rücken stecken ja wow richtig guck mal unser tank ist voll geil ist immer was ganz neues ja halb kaputt fast guck mal der schöne baumhain das ruckelt voll wenn ich hier vorbeifahr bei mir nicht glück haha das hat weh das jetzt schon wieder ich hab mich gekratzt was möchtest du danach ich kratze ja dass ich merks kratz dich nicht weg sonst habe ich kein spielpartner mehr aber ich kratze doch so gerne ich merks vor allem kratze ich gerne ab weißt du ich bin eigentlich bis auf ein paar fehler die ich gemacht habe ist ja bei subnautica sehr gut weit gekommen stellst dich da gut an hier uhr lederbeinschienenfeuerachs was soll ich mit dem scheiß aua o vergraben level 2 da das scheißdienst kannst du wieder haben so irgendetwas wollte ich kaufen was wollte ich denn kaufen oh juckersmusi ich könnte dieses jennifers schatzkarte hast du die schaufel dabei ja dann kann ich das mal machen eben nur 2,5 km von hier entfernen ach du scheiße aktiviere ich das ding jetzt äh wenn du auf dem dingens bist aufs dingens klicken wenn du aufs dingens bist aufs dingens klicken ja auf o hast du die ganzen quests dann das auswählen was du willst und dann oben auf dieses kompass symbol da da steht aktiv an oder aus aktiv das wird nicht funktionieren das ist gut gut mir doch so nicht da ist ja sand drin gewesen ja somit da wollte ich auch noch in die wüste wollten wir noch ich wollte noch in die wüste ja wir wollten noch so viel machen moment ich habe noch eine menge hier dabei zum verkaufen das halbe auto ehrlich gesagt aber bitte nicht das auto selber nein ich will nur das halbe auto verkaufen also zwei reihen also zwei reihen ein leerer müllstock meine ausdauer ist echt für'n arsch da war eine quest drin wow ich habe sachen verkauft und habe jetzt 12.000 von diesen marken da gekriegt einen idioten der alle zombies aufgescheucht hat wir wetten darauf wie lange du noch überleben wirst überrascht uns es gibt ein paar lässige zombies um die du dich kümmern sollst falls du überleben solltest können wir uns ja vielleicht können wir uns vielleicht darüber unterhalten achso was du für uns erledigen kannst ray j ray j ein paar zombie soldaten killen wer gibt erfahrungsblut ja du bist weit von hier jetzt können wir aber los jetzt habe ich alles verkauft was man verkauft wo können ein bisschen was wollen sie nicht haben ach ja du musst ja fahren in welche richtung denn nordosten ecke oh genau da ist die dingens sind meine vorräte wo ich sammeln kann super perfekte richtung ich sag stopp wenn du bremsen musst fährst fährst genau in die richtige richtung auf meine vorräte zu vorräte etwas schwer nach links ist nur 300 meter entfernt also ist direkt in der nähe nach rechts noch ein bisschen mehr nach rechts ja genau so oh was war das denn das hat mal ganz gut war ein ordentliches das ist ja gewichtler so war hier Du bist eigentlich jetzt nach da. Ja, da kannst du hier halten und dann ist ja grad in der Nähe. Noch ein Stückchen darüber. Ich hab ein bisschen kreisverkehr gemacht. Okay. Schießpulver. Ich wollte grad sagen, was hast du denn jetzt schon wieder gefunden? Ich müde den Müll. Bauplan gedämpfte Verbindungs-Mod. Gedämpft? Ja, gedämpfte. Gedämpft. Gedämpfte. Dreimal, äh... Schießpulver. Was hab ich denn hier? Keine Schrotflinte, Muni und Magazinvergrößerungs-Mod. Ja. 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 Seh ich nur, wie er umfällt. Oh! Level 56! Glückwunsch! Danke! Oh! Jungkau! Wieder bist du, glaube ich, höher als ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber nicht gebaut. Wo steht mein Löffel nochmal? Du bist sogar fünf Löffel höher als ich. Wo steht das? Ah, hier, ja. Ja, aber du hast jetzt die ganze Zeit gebaut. Du hast schon einiges aufgeholt. Ich habe ja nicht gebaut mehr. Trotzdem fehlt mir doch fünf Löffel. Fünf. Fünf. So, jetzt darfst du da hinfahren, wo du möchtest. Bum, 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 bum. Guck mal. Autos. Schotts. Musst du da weichen? Nein, aber es sieht cool aus. Joa. Jede Menge Schott kommt hier hin. Ja. Wir sind noch 1,4 Kilometer von dem Fett, wo ich hin muss. Ach so. Ach stimmt, ja. Da hat es ja was gesagt. Aber da kann ich mich mal in Ruhe zurücklehnen. Oh. 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 Was hier? Das ist so ein Bunker-Dings. Okay. Ein Bunker! Ach, mir auf die Nase. Hahaha. Hahaha. Das ist ein Bär. Das sieht aber so aus. Ich glaube, das ist mal wieder in der Wüste, irgendwo. Kliniken. Ja, sieht wohl so aus. Wui. Ja, mein Fahrstil ist auch nicht besser. Hahaha. Wir haben alle einen grandiosen Fahrstil. Bei dem Spiel hier sowieso. Schade, dass man nicht so wirklich rumfahren kann. Dann würde ich sofort Autofahren lernen. Mehr oder weniger. Ja. Aber hey, wenn man in der Wüste sind, kannst du auch Sand mitnehmen. Ja. Am besten hier mit einem Bagger rumfahren. Ja. Da kann man unterwegs schon alles aufsammeln. Na, danke. Das ist ein Drive-In, glaube ich. Kannst du es mal speichern? Mal, warte. Ja, das sieht so aus. Das sieht so aus, als wäre das so was. Moment, 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 Moment. Ah, guck mal, Girls, Girls, Girls. Die Bubi-Bar ist hier in der Nähe. Und ein Bagger-Pads. Schreib einfach mal Drive-In. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Das ist ein Girls, Girls, Girls. Ja, guck mal, Bagger-Pads. Bagger-Pids. Pads. Pids. Was ist das hier? Shotgun-Messier. Oh, das klingt nach Muni. Ja, dann gehen wir mal da hin. Das klingen tut nach Muni. Mach mal auf. Ja, nein. Mach dich hoch. Oh, Geld. Mir ist warm. Oh, hier stehen überall Kisten. Halt dein Maul da. Halt dein Sammel. Bulli! Bulli! Endlich! Oh, hab ich Knete? Ja. Nehme ich doch alles mit. Nehme ich doch alles mit. Was wir hier im Einkaufskorps, in dem nichts drin ist. Er hat mal eine Knarre im Klo. Was denn? Mülltonnen nimmst du natürlich nicht mit. Ja, das ist so ein Trinkding, glaube ich. Natürlich hätte ich Mülltonnen draußen zum Beispiel mitgenommen. Aber drin nicht. Ich bin doch gerade eben erst reingelaufen. Mann, bist du langsam. Ja, und? Da ist noch eine Tür zum Auffangen. Hm? Wo? Ja, oder? Ja. Da war schon einer auf. Jo. Bleib doch endlich mal liege, Mann. Geh mal ich da. Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Guck mal, hier ist noch ein bisschen was. Warte, ich bin hier noch beschäftigt. Oh, Reparatur-Kids. Oh, da ist geschmiedener Stahl drin hier. Juhu. Wie viel? Sieben. Cool. Ja, immerhin. Dann brauche ich ja nur noch 118. Boah, ich hasse. Ja, wie viel Dietrich soll ich mir denn noch zerbrechen, bitte? Hallo? Hallo? Nee, geh ich jetzt nicht. Hallo, hör auf damit. Wieso denn? Da brauchst du keinen Dietrich. Ich will aber die Dietrich eh auch brauchen, ne? Das ist egal. Hier ist übrigens auch noch eine dritte Genug-Container. Was ist denn Dietrich? Da, hier. So, was soll ich hier nochmal aufheben? Äh, hier in der Schmiede ist noch was drin. Ich hab auch keinen Platz mehr für das, was da drin ist. Super. Okay, muss ich ein bisschen was zerlegen. Ach ja, gut, so ein Hammer oder was kann man eh zerlegen. Äh, da mein bisschen Kohle. Ähm, ein Jagdmesser Level 5. Ich hab ein Jagdmesser Level 2. Ja, dann nimm das Level 5. Ich hab ein Level 5. Hä? Ich mein, ich hab nur eins, ich hab nur eins gefunden. Entschuldigung. So. Ich konnte grad nicht richtig, ich konnte grad nicht richtig reden, weil ich grad so am schlicksten war. Ach so. Ja, Entschuldigung. Einmal das. Jagdmesser Level 5. Warschen. Hä? Ich hab noch ein Jagdmesser Stufe 1 gehabt. Einstecken gehabt. Könntest du jetzt alles einsammeln? Ja. Ich glaub, das war's hier, ne? Ja, hier schon. Jetzt muss ich ja nur noch... So. Danke. Ich holte grad die falsche Tür raus. Oh, hier ist ein Reifen. Das ist gut. Echt so schön. Ich beeil mich ja schon. Wenn's aber ein Träuge ist... Tü-tü-t. 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 Tü-tü-tü-tü-tü. Eieiei. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Bäh. Okay, ich glaub, ich weiß, was für ein Geräusch das war. Oh, Schießpulver. Ach, guck mal, da ist Spinne. Spinne-Minnne. Durchs Fenster abgeschossen. Ich helf dir mal. Aber es setzt mindestens ihre Maske auf, ne? Ja, die hält sich dran. Schon. Jetzt so wie so manch andere. Ihnen das ja scheißegal ist. So. Huidui. Huidui. Wer willst du mal da rein? Ich dachte, da kam grad ein Bär von rechts, weil ich es boah, gehört hab. Ich glaube, hier wird sie geradeaus nicht weit kommen. Ich glaube, die Berge sind zu steil. Da muss ein bisschen außen rum. Schädel. Was? Ein Schädel? Kopfschmerzen? Ui. Sehr unangenehm gerade. Wat? Sehr unangenehm gerade. Das kann ich mir mal vorstellen. Klatschbump. Alles mit dem Monabies. Dahinter nochmal. Ähm. Okay. Gong. Hu hu hu. Juhu. Zopfende Auto. Vorsicht! Kaktus. Kaktus. Hui. Hui. Ich liebe das. Hui. Hier irgendwo? Hä? Ich sehe es leider nicht. Ich verstehe es leider nicht. Wenn ich jetzt nach da schaue, bin ich noch 300 mehr davon entfernt. Ich glaube, ich muss da hoch. Fahr doch mal hier ein Stückchen geradeaus. Da ist so ein Ding jetzt. Vielleicht kommst du rüber. Da jetzt links hoch, da kommst du vielleicht rüber. Oh wow. Rüber ja, aber in diese Ecke rein nicht. Ja, das ist gut manchmal, ne? Wenn das hier geplant ist. Zur Not lassen wir das Auto irgendwo stehen und gehen halt zu Fuß. Stopp! Ich habe gerade nur die Kurve gekriegt. Achtung! Da steht so ein einzelnes Häuschen. Ja, da muss man grün, glaube ich. Keine Ahnung. Das arme Auto. Ich glaube, wir gehen wirklich mal zu Fuß, ne? Ja. Ich hoffe, du siehst das Auto auf dem Ding ins Oben, weil ich nämlich nicht. ja. Ja. Hallo mein Freund. Du hast ja ganz toll geparkt. Hier. Wo bist du denn? Ich bin schon berghochlaufen. Ach, da bist du. Ich seh die. Ich seh die. Bergsteiger. Da haben sie sich ja ein ganz tolles Fleckchen ausgedacht hier. Jupp. Äh. 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 Wir sind auf dem Berg drauf. Toll. Oh. Alter. Hier ist ja, hier ist ja fast schon ein eigenes Gebiet hier oben. Ja. Au. Ich bin von dem Kaktus reingerannt im Minikaktus. Süß. Ich bin jetzt hier wieder runter, oder was? Nee. 50 Meter. 30. Ich bin hier wieder runter. Was für ein Scheiß. 20. 18. Es wird wahrscheinlich irgendwie auf halbem Weg unten wird das sein. Ich wird mir hier 34 Meter auf einmal angezeigt. Ich will jetzt mich verarschen, das scheiß Ding. Also angeblich wäre ich jetzt genau drüber. Weil es blinkt jetzt grad rot. Ja. Dann ist das hier in der Nähe. Warte. Nein. Das wollte ich nicht. Äh. Ich mach mal Licht. Wie das aussieht. Bäh. 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 dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich bin schon hergerutscht. Hallo. Ich glaube es ist doch hier unten irgendwo. Ja. Dann grab halt einfach weiter runter. Weil wenn du jetzt so runter springst du rutschst komplett vom Berg runter. Ich glaube du bist schon zu weit. Guck da ist, da ist Stein du bist schon zu weit. Komm wieder. Mann was für eine blöde Stelle. Nein. Ja, aber auf dem findenden Schatz steht bei mir jetzt hier 32,8 Meter. Hä? Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann käme ich näher an den ganzen Zeugs. Was für eine bescheuerte Stelle. Hui. Da fällt die Erde runter. Was für eine blöde Stelle, ey. Klugel, klugel. Hm. Oh, wir haben 22 Uhr. Ich würde hier halt jetzt den Umkreis einfach so weit abbauen, bis du halt an der richtigen Stelle sitzt. Wenn es heißt hier 32 Meter. Ich sage, das wird irgendwo halb unten. Wenn ich jetzt hier unten war, wurde mir das näher angezeigt. Okay. Ja, dann grab halt hier so ein Eckchen immer runter, dass du nicht irgendwie mal zufällig runterrutschst. Da habe ich auch noch Hunger. Wie ich zu überrechnen jetzt nur noch 29 Meter. Scheiße. Guck mal hier ist Stein. Ich sehe gerade leider auch nicht, wie ich hier bin. Vorsicht. Hä? Was für ein Quatsch. Toll. Ciao. Tot? Nein, nein. Ich lebe noch. Ich bin praktisch an der Wand entlang gerutscht. Nee, er steht jetzt bei mir hier. Ja, dann... Ich habe sie gefunden. Was für eine behinderte Stelle. Nein, nein, nein. Genau hier in der Wand drinnen. Was für eine behinderte Stelle ist das denn gewesen? Da fandest du schon deine Eisstelle behindert. Ich bin schon. Das ist ja noch schlimmer gewesen jetzt gerade. Das ist ja ein Hohn, ne, diese Stelle. So eine Stelle hatte ich auch noch nicht. Oh Gott. Alter. Ich glaube, da guckt sogar der Robert doof, wenn er das sieht. Oh, ich brauche jetzt mal. Kannst du mal verschnaufen? Genau. Das war aber wirklich eine Scheißstelle jetzt auf einmal. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Dass das so eine beknackte Stelle ist. Ja. So, wieder ausruhen. Nein, ich rutsche runter. Nein, bleib hier. Ich kann es schaffen. Ich schaffe das. Ich schaffe es. Nein. Ich bin oben. Oh Mann. Wie läuft hier so schön. Ich fall runter. Nein. Ach Mann. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe einen hohen Diamant gefunden. Ja, ist doch super. Kann man verkaufen. Zwei Stück sogar. Ich kann schon wieder runter. Ich kann aber auch nicht ausruhen, denn wenn ich ausruhe, dann falle ich runter. Tja, ich bin da ja an. Oh Mann. Ich bin da. Hast du was zum Essen dabei? Ähm. Nö. Auch nicht. Ich habe Hunger, nämlich. Ja, dann geh mal ab ins Auto. wie das aussieht wenn du mit dieser schaufel in der hand einfach rumläuft aber jetzt bin ich ein bisschen sand einstecken ja 600 hoch sand ja immerhin hatte jetzt ist mehr jetzt wird sie jetzt die tausend vollkriegen naja wäre sinnvoll wir bräuchten es ja noch ja aber ich würde ganz gerne naja 734 buddelt ja dann mach du mal ich trinke der weimannsflug hier 800 meine schaufel die hat noch die hat noch zwei drei pünktchen guck mal da ist 1004 und jetzt darunter langsam habe ich gesagt habe ich gesagt 10 nichts hatte mich mal an hast du nur taschen das auto war doch hier jetzt ja wahrscheinlich ist es irgendwo dahinter das bildwerk ist nicht mehr da und da okay ich dachte schon wo bist du denn jetzt hier ich habe das auto nicht mal auf der map ist neuer mir ja alter wo wir rumgurken dann ständig neue orte kennen wir hätten da vielleicht das licht anlassen sollen muss erst mal was essen wenn wir das dosen chili nehmen oder wenn es dringend ist dein essen dann okay es ist orange gerne zum kochen nehmen auch die dosen birnen nehmen ja dann nimmt bitte die die brauche ich nämlich nicht ich brauche das auto dann trotzdem noch mal ich habe noch ein quest den ich gerne machen würde habe ich denn noch was nö hirsch kaninchen hühner unehrenhafte entlassung habe ich nämlich ach das ist das mit den soldaten glaube ich genau aber jetzt müssen wir jetzt geradeaus durchfahren klatsch aber nicht wie geht das nochmal f gut dann sehen wir wie ich kann ich sehe ich auch so so in zeitlupe nein ich liebe es da mit dem auto zu fahren ja wow und hier ist auf einmal reifen platt weit über kaktus ja zum glück geht das hier nicht schieb mal an das schaffen wir das passt schon ja und wir sind bei 34 minuten moment lass ich mich an den zombie vorbei so dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüss zum glück auch ä ä